Ein Rätsel, ein Rätsel, ein Rötsel, ein Rätsel, ein Ratzel, ein Ratzol, ein Rätsel, ein Rätsel, ein Rätsel, eine Nuss, eine Knacke, Nuss. Was ist das? Wir wären nicht schön, mault die Marleen. Unscheinbar sind wir und erdengleich, nicht überirdisch Sonnenblumen schön, nein, feucht und weich. Igitt, ruft Brigitt, wenn sie uns fühlt. Wir werden leicht zum Opfer, leider. Doch ist's uns einerlei, geht einer in zwei, denn wir sind viel und machen weiter. Die sind nützlich und gut, sagt die Ruth mit dem Hut. Wir haben eine klare Mission, massenweise Lockerheit, das ist unsere Zukunftsvision, Lockerheit, weit und breit. Die Gärtnerin lobt uns auf ihre Weise. Die machen aus ihrer irdischen Speise für uns die allerbeste Schei. Doch bei unserem Produkt wird die Gärtnerin leise. Was ist das? Jetzt heißt es zwar noch drinbleiben, aber wenn wir wieder raus dürfen, dann kann's losgehen mit Wurzeln schlagen. Der Neuen Gartenlesung von Schawrush Theater.